Es wird ja immer noch sechs, sieben Mal mehr Wodka in Deutschland getrunken als Gin. Und deswegen glauben wir, dass da noch ein Riesenpotenzial ist. Und wenn man mal sieht, auch die Discounter, wo es ja günstige Produkte gibt, die haben ja auch schon eine recht gute Gin-Auswahl. Und wenn jetzt Deutschland zum Gin-Trinkerland führt, dann fänden wir das toll. Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger, willkommen bei einer neuen Folge von Economy mit K. Das K steht ja immer für Köln und ich spreche hier mit Menschen, die die Wirtschaft in Köln und der Region vorantreiben. Zuerst aber ein paar Worte von unserem Sponsor. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Mein Name ist Martin Dovideit und heute ist bei mir Abbas Katami. Er ist Inhaber einer Marketingagentur und nebenbei hat er noch ein anderes Geschäft. Er macht Gin de Cologne. Hallo Abbas, herzlich willkommen. Hallo Martin, schön hier zu sein. Ja, wir haben uns aufs Du verständigt, das einmal vorab. Und es gibt kaum eine große Veranstaltung in Köln, auf der Gin de Cologne nicht mit einem Probierstand zugegen ist. Man merkt, dass Du aus der Promotionsbranche in die Spirituosenbranche Dich entwickelt hast. Aber wie ist das gekommen? Wann kam der Entschluss, ich mache nicht nur Promotion für andere, sondern mache auch selber eine Schnapsmarke? Ja, also Du hast es ja schon sehr gut formuliert. Wir haben Promotion-Aktionen für andere Alkoholhersteller durchgeführt, beziehungsweise das machen wir schon seit 27 Jahren. Klingt schon fast nach Traditionsunternehmen, fast so alt wie der Kölner Stadtanzeiger. Und da ist dann irgendwann die Idee entstanden, das was wir für andere können, können wir auch für ein eigenes Produkt. Und es fehlte zu der Zeit ein Kölner Städte-Gin. Andere Städte hatten das schon und so sind wir auf die Idee gekommen, na gut, dann machen wir das auch. Und jeder kennt Odi Cologne und da dachten wir Gin de Cologne passt ganz gut. Dann kam natürlich noch der Gin-Trend als Treiber mit ins Spiel und so ist dann Gin de Cologne entstanden. Bevor wir weiter über das Produkt und den Markt sprechen, erzähl doch ein bisschen was über Dich. Du bist in Köln geboren und aufgewachsen. Ja, also ich bin in Köln geboren. Ich bin ein Innenstadtkind auf der Schildergasse im Antonita-Kindergarten, in den Kindergarten gegangen. Dann war ich auf dem Humboldt und war schon in den 90ern im Event-Geschäft. Also damals hieß das noch nicht Event, damals waren wir Partyveranstalter, später wurde man dann Event-Manager. Da war ich schon sehr aktiv, habe also auch zehn Jahre lang mittwochs eine Freibier-Party in einer Studentendisco. organisiert und ja, irgendwann haben meine Eltern gesagt, du musst jetzt mal was Vernünftiges machen. Und so kam dann die Ausbildung zum Werbekaufmann hier in Köln. Das heißt heute Kaufmann für Marketingkommunikation. Und so konnte ich mich dann durch einige Zufälle selbstständig machen. Heute nennt man das glaube ich Start-up. Heute gibt es Fernsehshows, wo sich dann so Leute vorstellen. Das gab es damals alles nicht. Ich habe mich selbstständig gemacht und habe seit 27 Jahren eine Promotion-Agentur. Mit derselben Telefonnummer, mit derselben Firmierung. Das ist die Frage, die anschließt. Wieso bist du die ganze Zeit der Stadt treu geblieben? Ja, also ich bin natürlich sehr Köln verbunden, wie wahrscheinlich alle Kölner. Ich kenne auch Leute, die mal ein paar Jahre woanders sind, aber dann irgendwann wieder zurückkommen. Um Kinder zu kriegen, wie ja, besungen wir. Genau. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, woanders zu sein, also woanders zu leben. Ich bin sehr interessiert, ich reise sehr viel, ich kenne auch sehr, sehr viele Städte in Deutschland. Und ja, Köln ist natürlich optisch gesehen vielleicht nicht die schönste Stadt Deutschlands, aber Köln hat die besten Menschen. Und das weiß auch ganz Deutschland, das weiß die Welt. Und deshalb haben wir ja auch jedes Jahr inklusive Karneval 5 Millionen Touristen. Also zumindest war das vor Corona so. Und jetzt in diesem Jahr geht das, glaube ich, auch wieder so. Und das ist für uns natürlich auch ganz schön, weil es unseren Gin de Cologne auch in einer kleinen Flasche gibt. Als Mitbringsel. Als Mitbringsel, als Souvenir. Und was gibt es Schöneres als Gin? Denn wir sagen, jeder mag Gin oder kennt jemanden, der Gin mag. Und hast du einen Lieblingsort in der Stadt jetzt über die Jahrzehnte? Ja, also ich bin Innenstadtkind. Ich lebe zwischen Ehrenstraße und Friesenstraße. Ich mag auch andere Vädel, keine Frage. Aber ich fühle mich in der Innenstadt schon sehr wohl. Eine verkehrsberuhigte Ehrenstraße besser als vorher oder schlechter? Schlechter. Oh, warum? Weil es irgendwie nicht so ideal umgesetzt ist. Also wenn man von Neumarkt aus in die Apostlenstraße reinfährt, hat man plötzlich Poller. Und da wären vielleicht ein paar Schilder hilfreich, wo ganz groß draufsteht, da hinten ist die Straße zu Ende, Sackgasse. Ich kann das jetzt nicht beurteilen, inwieweit das jetzt gut für die Geschäfte, gut fürs Klima, gut für die Umwelt. Das weiß ich alles nicht, aber ich finde, es ist nicht so ideal umgesetzt. Also mehr ein Umsetzungsproblem, wie es in der Fenloer Straße ja auch passiert ist. Ein paar Schilder zu wenig, ein paar falsche Schilder. Das habe ich gelesen, ja. Wir kommen nicht drumherum auch darüber zu berichten. Ja, du hast dann eben das Wissen, dass du aus der Promotion für andere Getränke, aber du hast natürlich auch andere Produkte promotet, umgemünzt auf Gin. Aber du brauchst da keine Vorerfahrung, sag ich mal, wie ein Gin produziert wird zum Beispiel. Ja, also ich denke, das ist klar, ich selber bin kein Destillateur. Ich selber kann keinen Gin brennen. Das ist aber auch nicht notwendig, weil es andere Leute gibt, die das sehr, sehr gut können. Es gibt hunderte Destillerien in Deutschland. Viele Gins, die es heute gibt, sind ja nicht von den Machern selber destilliert. Manche schon, aber da wird ja sozusagen, wir lassen destillieren. Und tatsächlich lassen wir auch in Köln destillieren, weil sonst dürfte das nicht Gin de Cologne heißen. Also Gin aus Köln muss auch in Köln hergestellt werden. Das ist so ein bisschen wie Kölsch. Da gibt es zwar ein, zwei wenige Auswahl. Ja, das Markenrecht ist da sehr knifflig an der Stelle. Da gibt es ja auch hin und wieder schon mal Streitigstattel. Wo eine Kolonie kommt ja auch nicht nur aus Köln. Das stimmt, ja, aber das war mal in der Historie anders. Und naja, also ich selber weiß nicht, wie man, oder ich weiß es schon, aber ich bin kein Destillateur. Was ich aber, glaube ich, weiß, ist, wie kreiert man Everybody's Darlings Geschmack? Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Wir haben also lange hin und her probiert, experimentiert, bis ich dann mit meinem Team entschieden habe, das ist der Geschmack, der erfolgreich sein könnte. Ja, und der Erfolg gibt uns auch recht. Was heißt das? Wie viele Flaschen gehen denn so weg im Jahr? Ja, das ist ja eine sehr, sehr, sehr direkte Frage. Ich muss mal kurz überlegen, ob ich die beantworten möchte. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Aber Gin de Cologne läuft ganz gut. Ich glaube auch, dass jede Kölnerin und jeder Kölner Gin de Cologne kennt. Wir haben ja auch noch ein paar andere Varianten. Also es gibt ja auch den Gin de Cologne Rosé, der ja auch sehr erfolgreich ist. Es gibt den Gin de Cologne Orange und in Kürze gibt es auch noch einen vierten Gin, und zwar den Gin de Cologne Mediterran. Das muss ich jetzt sagen. Ja, dann ist der Werbeblock abgeschlossen. Ist es denn mittlerweile auch nur noch ein Nebengeschäft oder mittlerweile Hauptgeschäft? Also während der Corona-Pandemie war das Agenturgeschäft deutlich ruhiger, wie in allen Branchen, die mit Veranstaltungen, Promotions und so weiter zu tun haben. Also es ist von der Zeit her auf jeden Fall ein sehr, sehr aufwendiges Geschäft, aber der Gin ist nicht unser Hauptgeschäft. Und was muss denn eigentlich ein Gin sein? Also was kommt in einen Gin rein? Wie entsteht ein Gin? Da wirst du ja dann doch dich eingelesen haben. Ja, also die Mindestvoraussetzungen für einen Gin ist natürlich Wacholder und dass er 37,5% Alkohol haben muss. Also im Grunde genommen ist es schon ausreichend, dass Wacholder gebrannt wird. Und frühere Gins aus den 80er Jahren, die auch heute noch Weltmarktführer sind, bestehen eigentlich auch nur aus Alkohol und Wacholder. Und vor 10, 15 Jahren haben dann andere damit begonnen, noch mehr Zutaten oder wie die Fachleute sagen, Botanicals hinzuzufügen, Kräuter, um so einfach noch eine viel, viel größere Geschmacksvielfalt anzubieten. Und da gab es halt ein paar Marken, auch eine sehr große deutsche Marke aus dem Schwarzwald, die dann richtig erfolgreich waren mit 12 Zutaten, mit 20 Zutaten, mit 40 Zutaten. Also da gibt es die tollsten Sachen. Manche schmecken nach Gurke, manche schmecken nach Tannenzapfen. Und wir haben uns für 12 Zutaten entschieden. Und die Hauptbedingung ist Alkohol und Wacholder. Und alles andere ist dann quasi individuell. Und bist du eigentlich ein bisschen überrascht, dass man das so teuer verkaufen kann? Also jetzt ein halber Liter, 30 Euro. Man muss ja nur den Rohalkohol kaufen, das Agraralkohol, der dann destilliert wird und eben mit Wacholder und anderen Kräutern verfeinert. Und da habe ich mir geguckt, also naja, da kostet der Rohliter 2 Euro vielleicht in größeren Mengen, wenn man den einkauft. Da ist ja schon eine ganz schöne Marge dahinter in dem Geschäft. Also von 2 Euro auf 30 Euro, das ist jetzt nicht unsere Marge. Also es gibt ja dann auch noch das Thema Alkoholsteuer. Das ist also in den 2 Euro da nicht mit drin. Ungefähr, ich glaube, 7 Euro pro Liter oder sowas. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viel der Liter Alkohol im Roheinkauf kostet. Da bist du jetzt besser informiert als ich. Aber man darf ja eine Sache nicht vergessen. Also Gin de Cologne wird in Handarbeit hergestellt. Und das ist schon recht aufwendig. Wir können kein, sagen wir mal, Preiseinstiegsprodukt machen. Also es gibt ja auch beim Discounter Gin für, keine Ahnung, 9 Euro, 10 Euro. Und das kann man einfach nicht vergleichen. Also es gibt ja auch günstige Autos und teure Autos. Und mit 30 Euro liegen wir in einer mittleren Preiskategorie. Also wir sind ein Premiumprodukt, aber wir sind jetzt kein super, 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 super Premiumprodukt. Also es gibt auch Gins, die 60 Euro kosten. Das ist aber nicht unser Level und nicht unsere Liga. Mit 30 Euro bzw. mit 29,90 sind wir noch in einem Preisbereich, den man als mittleren Bereich bezeichnen kann. Und ich denke, das ist okay so. Und durch den Namen, beschränkst du dich nicht da zu sehr eigentlich auf die Region, um da Erfolg zu haben? Oder sagst du, ja es ist mir egal, das Geschäft mache ich halt hier und der Rest ist mir nicht so wichtig? Ja, also da gibt es zwei Aspekte zu beachten. Also zum einen sind wir ein regionales Produkt und wollen das auch gerne bleiben. Und wir haben gerade einen Megatrend und das ist Regionalität. Die Leute wollen regionale Produkte. Es ist ja eigentlich in der heutigen Zeit nicht mehr sinnvoll, Mineralwasser beim Italiener zu bestellen, was aus Italien kommt. Ich gebe zu, das mache ich manchmal auch, aber in der Eifel gibt es auch gutes Mineralwasser und es wäre eigentlich viel, viel sinnvoller, viel mehr regional einzukaufen. Und das heißt ja nicht nur, dass man das Fleisch vom Bauern aus Brühl kauft, sondern das geht ja in alle möglichen Bereiche. Wir reden über Umweltschutz, wir reden über CO2, wir reden über, was können wir fürs Klima tun und da fängt es doch schon mal an. Also wenn wir Wasser aus Italien trinken, dann ist da Transport mit verbunden und so weiter und so fort. Also ich will jetzt nicht das Wassergeschäft in Italien schlecht machen, aber Regionalität ist ein Riesentrend und das nicht erst seit Corona. Und dazu gibt es auch Zahlen. Also zwei Drittel der Deutschen wollen zukünftig mehr regionale Produkte kaufen. Und das hat jetzt nicht nur mit Gin oder mit Fleisch oder mit Eiern von glücklichen Hühnern aus dem Bergischen Land zu tun, sondern das ist halt ein Trend und das ist auch meiner Meinung nach ein richtiger Trend. Jetzt könnte man sagen, okay, das heißt dann, dass wir nur für Kölner interessant sind. Das ist zunächst mal richtig und wir machen auch unser Hauptgeschäft in Köln und Umgebung. Trotzdem gibt es ja auch deutschlandweit immer mehr Gin-Liebhaber und wir sind jetzt nicht in Hannover im Supermarkt erhältlich, aber in dem einen oder anderen Supermarkt in Berlin, München, Hamburg sind wir auch erhältlich. Und wie gesagt, fünf Millionen Touristen kommen jedes Jahr nach Köln inklusive Karneval und der eine oder andere nimmt auch eine Flasche Gin de Cologne mit nach Hause und das freut uns natürlich sehr. Ja, im Laden gehen insgesamt in Deutschland ungefähr 20 Millionen Ginflaschen im Jahr über die Theke. Wie ist das bei euch, wie ist das Verhältnis des Einzelhandelsgeschäfts zu dem, was in der Gastronomie, in Kneipen, Hotels und so weiter gemacht wird? Ja, also wir sind im Supermarkt, im Einzelhandel schon sehr, sehr gut distribuiert, sagt man ja und auch fast an jeder Ecke erhältlich hier in unserer Region. In der Gastronomie kommt es immer so ein bisschen drauf an, also ein teurer Gin ist ja dann auch im Gin Tonic teurer als ein günstigerer Gin. Also es gibt eine sehr bekannte Cocktailbar auf der Friesenstraße, da kostet der günstige Gin Tonic 9 Euro und die teureren kosten dann halt 14, 15 Euro. Also die drehen sich natürlich nicht so wie die günstigen, das ist ja klar und das heißt dann auch, dass damit eine Flasche Gin de Cologne in der Gastronomie verkauft wird, müssen zwölf Gin Tonics getrunken werden. Im Handel ist das ganz einfach, da nimmt sich einfach jemand die Flasche aus dem Regal und tut sie in seinen Einkaufswagen. Deswegen, das kann man nicht so ganz miteinander vergleichen. Bei den 20 Millionen Flaschen, die da verkauft werden, ich weiß nicht wo du die Zahlen her hast, aber die werden wohl irgendwie erhoben sein von Nielsen oder von irgendwelchen Unternehmen. Information Resources. Ah ja, okay. Sehr lange Tabelle mit sehr vielen Schnäpsen. Auf welchem Platz sind wir da im Ranking? Das steht nicht drin, du wolltest ja noch sagen, wie viele Flaschen ihr verkauft. Also bei den 20 Millionen Flaschen spielen wir natürlich noch nicht so die große Rolle, aber ich weiß jetzt nicht, ob das schon unser Thema ist, ob das jetzt die Überleitung zum Thema Markt ist. Es wird ja immer noch 6, 7 mal mehr Wodka in Deutschland getrunken als Gin und deswegen glauben wir, dass da noch ein Riesenpotenzial ist. Und wenn man mal sieht, auch die Discounter, wo es ja günstige Produkte gibt, die haben ja auch schon eine recht gute Gin-Auswahl und wenn jetzt Deutschland zum Gin-Trinker-Land wird, dann fänden wir das toll. Also in England wird viel mehr Gin pro Kopf getrunken, in Spanien wird viel mehr Gin pro Kopf getrunken. Ich kann das jetzt nicht genau in Litern sagen. Ich habe gehört, die Philippinen sind Spitzenreiter mit 1,4 Litern pro Kopf pro Jahr. Oh, vielleicht sollten wir nach Philippinen. Da sollten wir uns da mal den Markt vor Ort angucken. Das habe ich jetzt noch nicht gehört. Aber gut, aber England ist ja klar, England ist das Mutterland des Gins und da wird schon viel getrunken. Wir haben uns das mal in London angeguckt, also da wird viel Gin getrunken. Marktrecherche. Ja, in Deutschland hat mal jemand gezählt, gibt es ungefähr 700 Gin-Marken. Ist da wirklich Platz für so viele verschiedene? Auch du hast ja mittlerweile eine große Palette an Varianten im Angebot. Ja, ist da wirklich so viel Platz? Also ich habe sogar gehört, dass es schon über 1.000 Gin-Marken sind. Und ich freue mich wirklich über jede neue Gin-Marke, weil das ist ja ein Thema, das mit Vielfalt zu tun hat. Und je mehr für den Gin getan wird, umso besser für alle. Also ich habe ja eben schon gesagt, es wird ja viel mehr Wodka getrunken als Gin. Und ich glaube schon, dass da noch Luft nach oben ist. Es ist allerdings so, dass viele der über 1.000 Gin-Marken oder der 700 Gin-Marken doch eher so Nischenprodukte sind. Und die einen haben Gänseblümchen aus ihrer Stadt, die anderen haben irgendwelche Kräuter aus dem Sauerland oder aus dem Schwarzwald und so. Die schmecken dann vielleicht dem Destillateur und auch noch seinen Freunden, aber die sind nicht geeignet, um einen Mainstream-Geschmack zu begeistern. Und das ist halt bei uns ein bisschen anders. Wir sind zwar handgemacht und auf sehr, sehr hohem Niveau hergestellt, aber wir haben jetzt nicht so nischige Zutaten, sondern eher Limette, Zitrone, Orange. Also alles Dinge, die man einfach und gut trinken kann. Und das ist, glaube ich, so das, was den Erfolg auch ausmacht. Du hast gesagt, du begrüßt jede neue Gin-Marke. Bei einer hast du aber eine Ausnahme gemacht, der Ehren-Gin aus Ehrenfeld. Da ist es dann mal zum Landgericht gegangen. Ja, weil der Ehren-Gin aus Ehrenfeld nicht aus Ehrenfeld kommt. Sprich, der wird dort nicht produziert. Das war ja auch alles zu lesen im Kölner Stadtanzeiger. Ihr habt euch auch glücklich geeinigt. Da wurde sich dann geeinigt und ja, wir begrüßen trotzdem jede Gin-Marke. Wir mögen es aber nicht so, wenn irgendwo Köln draufsteht, wo nicht Köln drin ist. Dann die Frage, in Köln gibt es ja jetzt nicht nur diese eine Art von Schnaps, sondern auch diverse andere lokale Spirituosen. Kettenfett, Flimm, Chorweiler-Kümmel, Kebekus-Bützje. Die Liste ist lang. Wie viele regionale Schnäpse verträgt denn der Markt? Also der Schnapsmarkt, der ist ja gerade sehr in Bewegung. Da kommen ja neue Produkte. Und das kann ich nicht so richtig beurteilen, weil das sind ja alles Kurze. Das sind keine Longdrinks. Und mit den kurzen kenne ich persönlich mich jetzt nicht so gut aus. Es ist aber so, dass insgesamt schon sehr viel konsumiert wird, sagen wir es mal so. Also es wird viel gefeiert, es wird viel getrunken. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere Schnaps da noch eine Chance hat. Man hört mich blättern. Ich wollte gerade die Zahlen nachschlagen, finde gerade den Zettel nicht. Aber generell geht der Spirituosenkonsum in Deutschland zurück. Alkohol an sich ist ja auch etwas, was weniger schon getrunken wird. Also Bierkonsum ist ja noch deutlicher zurückgegangen. Wie schaust du auf diese Entwicklung? Also ich habe den Geschäftsführer einer großen Brauerei gefragt, ob er denn glaubt, dass der Bierkonsum wieder steigen wird. Und es ist richtig, dass der Bierkonsum zurückgegangen ist. Der ist ja auch deutlich zurückgegangen in den letzten 20 Jahren. Allerdings ist es so, dass das nicht gleich bedeutet, dass weniger Alkohol getrunken wird. Also wenn man sich zum Beispiel anguckt, es gibt ja so ein orangefarbenes Getränk, Punkt, 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 Spritz. Das wird getrunken ohne Ende. Und Wein wird getrunken ohne Ende. Also ich glaube, im ersten Corona-Jahr hatte Wein ein Plus von 38 Prozent. Gin leider nur von 33 Prozent. Ich sage immer aus Spaß, unsere Konkurrenz ist der Wein. Und ich kann jetzt nicht genau sagen, was jetzt wie zurückgeht oder steigt. Aber ich glaube, dass da auch so eine Verschiebung innerhalb der Kategorien stattfindet. Und ich kann gefühlt nicht sagen, dass weniger getrunken wird. Es wird aber bewusster getrunken. Das auf jeden Fall. Wir glauben auch, dass die Leute bereit sind, etwas mehr Geld auszugeben für ein Produkt, was dann wesentlich besser ist. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch den Trend alkoholfrei. Ich weiß nicht, ob wir darüber heute noch sprechen. Ja, wir haben ja zum Beispiel auch berichtet, dass die bekannten Cocktailbars in Köln auch ihre Karten geändert haben, viel mehr alkoholfreie Cocktailvarianten anbieten und sich darauf eingestellt haben. Ja, also das Thema alkoholfrei ist ein großer Trend. Wir haben ja auch zwei alkoholfreie Gin-Alternativen. Zero de Cologne. Wir dürfen es nicht Gin nennen, weil es ja kein Gin ist. Ich hatte ja anfangs schon gesagt, Gin hat mindestens 37,5 Prozent. Und deswegen heißt es halt nicht Gin. Aber wir wurden belächelt, als wir mit einer alkoholfreien Alternative kamen. Mittlerweile ist das so, dass das absolut etabliert ist, auch alkoholfreier Wein. Da gibt es ja mittlerweile auch gute Produkte, alkoholfreies Bier ja sowieso. Und die großen Konzerne setzen auch auf alkoholfreie Alternativen. Und meistens haben die großen Konzerne recht. Okay, dann kommen wir mal zum Fragengewitter. Ich gebe dir zwei Begriffe vor. Du entscheidest dich für einen. Und dann gucken wir mal, wo sich vielleicht eine Diskussion entzündet. Karneval feiern oder arbeiten? Beides. Bist du in der Gesellschaft? Nicht aktiv, aber gerne zu Gast. Innenstadt oder auf dem Land? Innenstadt. Nordsee oder Karibik? Karibik. Und Kaffee oder Tee? Kaffee. Lesen oder streamen? Beides. Hast du einen Tipp? Express.de, Stadanzweger.de? Ja. Ich dachte jetzt an ein Buch oder eine Serie. Also ich gebe zu, ich gucke auch noch Serien aus den Nullerjahren. Ah, die alten Klassiker. Essen gehen oder selber kochen? Beides. Ich habe viele Restauranttipps, aber das würde, glaube ich, jetzt hier den Rahmen. Ja, aber einen darfst du nennen. Also ich gehe zum Beispiel sehr gerne ins Kulinarius. Hip-Hop oder Schlager? Auch beides, aber es gibt ja noch viel mehr als Hip-Hop und Schlager. Und was bevorzugst du für eine Musikrichtung? Ich bevorzuge Stimmung, gute Laune und einen guten Mix. Und Android oder iPhone? iPhone. Ein Fahrrad oder SUV? Ich habe kein SUV, ich fahre aber Auto. Und zwar habe ich ein Fahrrad auch und ich würde sagen Fahrrad und Mini. In der Innenstadt mit dem Fahrrad ist ja wahrscheinlich auch eigentlich einfacher. Ja, ich habe da schon Spaß dran und es ist ja dann auch ein bisschen Sport. Und Couch oder Fitnessstudio? Couch. Bargeld oder Karte? Karte. Und Online-Shopping oder Schildergasse? Also ich bin Freund des stationären Einzelhandels, wie man es ja so sagt. Also Schildergasse, ich bin ja in der Innenstadt aufgewachsen und ich finde die Entwicklung in der Innenstadt nicht gut. Deswegen hatten wir ja auch auf der Hohe Straße mal einen Pop-Up-Shop, weil wir etwas anderes bieten wollten auf der Hohe Straße. Und gebe aber auch zu, dass ich manche Sachen online bestelle. Ich versuche das so ein bisschen, ja, in der Balance zu halten. Was ich aber nicht mache, ich gehe jetzt nicht auf die Schildergasse, suche mir irgendwas aus, lasse mich stundenlang beraten und bestelle das dann online. Und du hast den Pop-Up-Store angesprochen auf der Hohe Straße. Warum ist es denn beim Pop-Up-Store geblieben und warum habt ihr kein dauerhaftes Geschäft irgendwo? Also das ist ein Pop-Up-Store gewesen, weil das Konzept dieser Ladenfläche so ist, dass da alle zwei, drei Monate was Neues rein soll. Und warum haben wir keinen eigenen Laden? Weil wir keine Händler sind, weil wir von Handel nicht so viel verstehen und das einfach den Leuten überlassen wollen, die es halt besser können. Und natürlich auch, weil die Mieten in der Innenstadt viel zu hoch sind. Immer noch, ja? Auch wenn es ja immer heißt, die Innenstädte verlieren dann Attraktivität etc. Ja, also es gibt auch Ladenflächen, die ewig leer sind, weil das irgendwelchen großen Konzernen gehört, die da nicht flexibel sind, sondern einfach ihre 80 Euro pro Quadratmeter haben wollen. Und dann bleiben die Läden halt auch leer. Da bedarf es neuer Konzepte, aber das ist wahrscheinlich Thema für eine Extrasendung mit Leuten, die davon auch mehr verstehen als ich. Ja, du hast glaube ich auch Produkte in einem Experimentierladen platziert, im Go-To-Markt auf der Aachener Straße, wo man, bevor Produkte eingeführt werden, schon testen kann. Also die Kunden müssen schon kaufen, aber können halt dann Feedback geben. Lernst du da wirklich was, was hilft bei der Produkteinführung? Also ich halte das für sehr sinnvoll und wir haben zum Beispiel mal unseren Weißen gegen den Rosé gematcht, um zu gucken, was mögen die Leute lieber. Und es war für uns eine Bestätigung, also unser Weißer ist der Klassiker und das ist halt der richtige Gin de Cologne. Und der Rosé ist eine willkommene Alternative. Es heißt jetzt nicht, dass das ein Frauen-Gin ist, nur weil er jetzt Rosé ist. Er ist aber eine willkommene Alternative für Leute, die es einfach ein bisschen fruchtiger mögen. Und das hat die Marktforschung in Go-To-Markt auch widergespiegelt. Du hast ja vorhin schon ein bisschen erklärt, wie der Trend zum Gin gekommen ist und anscheinend ist das auch einer, der sich verfestigt hat. Das kann man glaube ich sagen, ist jetzt nicht so ein Trendgetränk, das schnell wieder verschwindet. Aber auch aus deiner Erfahrung von der Promotion, wie entstehen denn neue Getränketrends, gerade auf dem alkoholischen Markt? Ja, das ist ja die ganz, ganz spannende Frage. Ungefähr so wie die Lottozahlen vom nächsten Samstag. Ich kann nicht genau beantworten, wie Trends entstehen. Ich kann nur sagen, wir sind auf Trends vorbereitet. Also wir können morgen auch Rum herstellen, wir können auch andere Dinge herstellen. Es wurde ja mal eine Zeit lang gesagt, der Korn könnte wiederkommen oder der Rum oder dies oder das oder jenes. Das ist aber alles bisher nicht eingetreten. Ein heißer Kandidat für einen Trend ist der Wermut. Und der Wermut ist aber ein Aperitif, also eher etwas wie Punkt, 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 Spritz. Und den haben wir auch, aber dieser Trend ist auch noch nicht gekommen. Also wir sehen im Moment, dass der Gin-Zug weiterfährt und weiterfährt und weiterfährt. Und dass es eigentlich jetzt keine richtigen, wegweisenden Trends in der Spirituosenwelt gibt, außer alkoholfrei. Aber das ist ja unabhängig davon zu betrachten. Ich bin da sehr gespannt und glaube, dass in der Nach-Corona-Zeit die Leute sich erstmal daran orientiert haben, was sie kannten. Denn das sind Getränke wie Gin Tonic, Wein, Bier und bei den Jüngeren auch noch die Energydrinks mit Wodka. Und da ist nicht viel Neues gewesen. Auch wenn der eine oder andere sagt, ja also Eierlikör ist jetzt toll oder Limoncello, mag alles sein. Aber das ist mal aber dann von kürzerer Dauer im Vergleich zu dem Wiederauflammen von Gin Tonic. Ja, das ist dann vielleicht auch eine Momentaufnahme. Und das Thema Gin Tonic ging ja auch nicht von jetzt auf gleich. Also Gin Tonic gibt es ja schon seit ein paar hundert Jahren. Und in den 80ern war Gin Tonic das Getränk. Da gab es aber nur einen Gin und einen Tonic, gefühlt. Und heute gibt es halt sehr, sehr viele Gins und mittlerweile übrigens auch sehr, sehr viele Tonics. Also es gibt zum Beispiel ein Kölner Hotel, die auch Gin de Cologne haben. Und die bieten gar keine Gin-Karte, sondern eine Tonic-Karte an. Auch interessant. Also da kann man sich dann durch die ganzen Tonics durchprobieren. Aber irgendwann ist doch mal eine Grenze. Also Glüh-Gin habt ihr auch gemacht. Ne, das waren wir nicht. Das waren Kollegen. Ist auf jeden Fall eine gute Idee, aber das haben wir uns jetzt gespart. Und es ist so, dass die Grenze, also wie gesagt, es wird noch sehr, sehr viel Wodka getrunken. Sechs, sieben Mal mehr als Gin. Das liegt natürlich auch daran, dass das noch günstiger zu kaufen ist als Gin. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir noch in zwei, drei Jahren hier sitzen und über den Gin-Trend sprechen. Dann bleibt mir nur noch daran zu erinnern, du wolltest noch sagen, wie viele Flaschen ihr im Jahr verkauft? Ich kann mich nicht erinnern. Alles klar. Abbas, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich danke dir. Hat Spaß gemacht. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Ja, das war Abbas Katami, Geschäftsführer der Cologne Spirits GmbH, dem Unternehmen hinter Gin de Cologne. Die Abonnentinnen und Abonnenten des Kölner Stadtanzeiger machen es möglich, dass wir solche Podcasts produzieren. Und eine Neuigkeit haben wir da. Es gibt jetzt für alle unter 30 Jahren ein neues Angebot, das KSIA Plus Next Generation. Wer unter 30 ist, erhält vollen Zugriff auf die Inhalte auf ksta.de für nur 3,50 Euro im Monat. Alle Infos unter www.ksta.de-nextgen. Und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder bei Economy mit K. Und ich freue mich über jeden, der uns abonniert und empfiehlt. Tschö. Economy mit K. WDR 2021